Herzlich willkommen meine Freunde zurück zu Robocop, genau an der Stelle wo wir aufgehört haben. Es ist immer noch so, dass hier ein Auto einer Nichte vermisst wird, aber wir wollten ja Kowalski helfen und das machen wir jetzt als allererstes. Okay, ich bringe ihn zum Kooperieren. Wenn man sie stehlen lässt, gibt es weniger Drogen auf der Straße. Nein. Okay. Okay. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zu diesem Supermarkt. Erstmal zur Telefonzelle. Gucken, ob es hier noch irgendwas hat. Hallo, so. Ich bin ein Roboter. Ist dir das klar? Ein Roboter. Wow, die ist aber auch nicht ganz da, ne? Sieht man schon an ihrem verklärten Blick. Die ist nicht so ganz in unserer Welt. Naja, irgendjemand wird sie schon. Und dann endet der Satz. So, wo müssen wir hin? Jetzt habe ich die Telefonzelle aus den Augen verloren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Megastore? Ist hier irgendwo eine Telefonzelle? Ermittlungsbereich? Ja, wir sind schon da. Aber was sehe ich hier? Mein Robo-Auge? Verliert hier jemand Öl? Ist es eine Öllache? Gefährliche Freisetzung von Öl. Junge. So, die Sprüche, die Kalendersprüche von Robo-Cop. Okay, hier ist aber... Okay, da kann man noch die Leiter hoch. Können wir auch machen. Wir sind schon im Ermittlungsbereich. Wir müssen nur eine Telefonzelle finden. Wir gehen aber erstmal hier hoch. Gucken, was wir hier so finden. Irgendein Typ. Ich wollte gerade sagen, hier ist nichts. Gestohlene Handtasche und gestohlene Geldbörse. Immerhin etwas. Siehst du diesen Mann da unten? Er ist ein Arschloch. Wer? Ich sehe mehrere. Für mich sehen die alle aus wie Arschlöcher. Ich kann mir auch ihren Namen nicht merken. Deswegen ist Arschloch einfach die Eselsbrücke. Für alle. So, aber jetzt ist es Zeit, die Telefonzelle zu finden. Beim Supermarkt. Die muss ja hier in der Nähe sein. Da hinten ist sie doch. Da ist doch eine Telefonzelle. Was ist das, Maurice? Hör mal, Mann. Ich bin wirklich mit der Läublech. Also mach es schnell. Okay. Ist du beschäftigt mit Geld verdienen? Sollten Kunden nicht Vorrang haben? Ich würde Nuke gerne einmal probieren. Machen wir die Mitte. So, du willst nicht Geld verdienen, würde du? Ich will nicht. Ich meine, ich will. Ich will Geld verdienen. Aber warte. Du sprichst. Du klingt wie... Ein futureer Happy Customer. F*** Robocop! Du willst mich nicht? Warum nicht du ein besserer Job finden, zu finden Leute, die vandalisieren Telefonzelle? Ich verletze Kunden, weil sie nicht finden, die Telefonzelle in dieser Gott-Dammt... Was ist das jetzt? Ist jemand nach Hause? Nichts, Maurice. Es ist nur eine Freundin. Okay, jetzt haben wir seine Adresse schon mal, das ist gut. Und gleichzeitig retten wir ihm noch den Allerwertesten. Und dann hören wir mal, was er zu sagen hat. Der kleine Drecksdealer. So, die sind ungefährlich, nehme ich an. Aber hier drüben... Oh ja, hier ist es. Gar nicht runtergekommen, zum Glück. Sieht sehr einladend aus. Vor allem so eine Hintertür. Okay, wir könnten da hochgehen. Wir können aber auch hier ein bisschen gucken. Aber wir dürfen ja wahrscheinlich eh nicht in irgendwelche Wohnungen. Ja klar, ihr hört meine Schritte. So. Okay. Junge, Junge. Oh, was haben wir denn hier wieder? Nuke. Wie das hier aussieht. So, Nuke. Noch mehr Nuke. 100! Das war was anderes, ne? Das war gar kein Nuke. Psychoaktive Substanzen nachgewiesen. Ja. Warum liegt hier so viel Zeug rum? Beschädigtes Telefon. Und was ist das da? Ist das Blut? Schuhabdruckgröße 9,5. Okay, freundliche Warnung. Maurice. Ich schreibe dir, weil ich bei dir, weil bei dir immer besetzt ist. Aber nach dem, was du getan hast, würde ich sowieso nicht mit dir gesehen werden wollen. Suit hat nichts dagegen, dass du diese drei Schwachköpfe das Nuke abjagst, solange er seinen Anteil bekommt. Er hat dir die letzte Chance gegeben, ihn auszuzahlen, aber du hast es versaut. Jetzt ist es zu spät, also änderst du besser deine Adresse. Ich kann dir versichern, dass deine Ausreden bei den Torch-Heads nicht funktionieren werden. Die sind nämlich total durchgeknallt. Okay, die Torch-Heads haben wahrscheinlich damit zu tun. Sein Wäscheplan. Okay. Falsch, Geld. Aber es ist jetzt, finde ich, wirklich sein Wäscheplan, oder? Okay, den Schuh abdrücken, folgen. Das können wir natürlich hier... Oh, was ist hier? Ist das eine richtige Tür? Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Ja, es ist eine richtige Tür, aber ich dachte, die führt nach unten, dass es irgendwie so ein cooler Geheimweg ist. Es geht weiter nach oben. Okay. Ab aufs Dach. Okay. 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 Und hier ist das ein guter Geheimweg. Das ist ein guter Geheimweg. Und hier ist das ein guter Geheimweg. Und hier ist das ein guter Geheimweg. Aber es ist nicht. Also nicht fair und unethical. Nicht zu widmen. In Wahrheit. Die weh? Die weh? Du bist unter Unterkastung. Komm einfach. Oder das wird die Endes Diskussion sein. In Wahrheit. Die weh? Die weh?! Schlechte Idee. Junge, Junge. Okay, wir hätten ihn bestimmt auch klappen können. Soon sucht nach dir. Der Sprung könnte tödlich enden. Aber wir haben ja den Hinweis gefunden, ne? Dann können wir es auch nutzen. Du bist sicherer in der Prisome. Ich habe unsere Gespräche. Ich war beschäftigt, aber er hat das nicht gemacht. Das ist wichtig für mich. Es relaxiert mich. Wenn du Co-operierst, kannst du ein Job in der Prisome. Du meinst, ich essen und leben für frei? Und ich mache das, was ich gerne mache? Ich fühle mich, dass ich gewonnen habe, Mann! Ich werde dir erzählen, wo diese Geräte diese Sachen gehalten haben. Aber ich muss unser Problem im Schreiben haben. Um Gottes Willen. Aber er hat beschlossen zu kooperieren. Das ist ja schon mal das, was wir wollten. Was für ein Typ, ey. Unglaublich. Okay. Jetzt müssen wir das Geisterhaus ausfindig machen. Der Discount Dealer wurde abgeschlossen. Und wir sind natürlich weiter auf der Suche nach Suit. Aber wir haben auch einen neuen Fähigkeitspunkt. Den wir auf Deduktion legen? Nein. Den wir auf... Boah, Psychologie ist schon geil, Mann! Technik. Okay, Spurt und Code-Knacker ist auch geil. Also es gibt viele gute... Gute Sachen. Hm. Wir investieren... Ja, unseren ersten Punkt in die Psychologie. Wie? Doch, will ich ja. Hä? Wie? Achso, ich kann einfach verlassen, natürlich. So, da haben wir's. Was ist denn hier? Warum kann ich denn hier rein? Was geht? Ach, das ist eine Wäscherei! Dad, was bedeutet die Wäscherei? Und wer ist ein Wäscherei? Warum kann ich nicht die Tür für ihn öffnen? Dad, erzähl mir die Wahrheit. Sind wir poor? Dad? Dad? Ich bin zufrieden von deinen Kindern, zu fragen, eine Frage zu stellen. Wenn ich einen von euch Junkies dabei erwische, wie ihr Jelly Beans oder Mürmeln nur zum Spaß wascht, lasse ich euch für die Teile zahlen, die ihr geschrottet habt. Okay, es ist hier nicht so wichtig. Mit ihm könnten wir... Nee, können wir gar nicht reden. Ich dachte, mit dem könnten wir reden. Leider nein. Aber gut, gehen wir zum Geisterhaus. Irgendwo muss doch auch das Auto sein. Muss ich nicht erst das Auto finden? Das war doch meine Priorität. Hat er doch gesagt. Wo ist das Auto? Okay, jetzt hat es auch wieder geruckelt. Ab und zu ruckelt es. Aber bei weitem nicht so schlimm wie in der Demo. Oh, hier geht es rein. Ei, ei, ei. Dann mal auf ins Geisterhaus. Was wird uns hier erwarten? Ja, okay, den Informanten der Polizei finden. Ich weiß gar nicht, ob das auch in der... Aber doch, ich glaube das war auch noch in der... Demo, klar. Ja, ja, das war auch noch in der Demo. Klar. Shit. Alter, was trifft mich denn da die ganze Zeit? Ah, von da oben. Irgendwo von oben ballert jemand, oder? Ja, von da. Okay. Okay. Okay, das ist nicht geil. Wow, wir haben ja übel viel Energie verloren. Junge. Der ist nicht rum. So, no chance against. Hier ist nichts, aber hier ist doch bestimmt irgendwas. Ah, erstmal ein Sturmgewehr nehmen wir wieder. Das ist doch schon mal ganz nett. Okay. Okay, einen Müllhaufen. Ah. Ah. Zeus? okay jetzt gucken wir uns aber hier erst mal bei denen ein bisschen um hier waren ein paar räume das ist hier drin in der pizza schachtel okay so eine heilung eine benutzen wir natürlich eine haben wir gefunden hier gibt es auch noch zimmer ich glaube hier war ich schon mal das hier ist natürlich auch geil okay wir können das einfach mitnehmen wenn ich denke mal hier liegt irgendwas das ist einfach nur diese dumme was war das wo muss ich denn hin okay wir sind einfach wieder zurück gelatscht moment war hier was okay was haben wir hier wieder ein stuhl nicht geil okay ich bin ein bisschen hä überfragt wo muss ich denn hin hier gab es einen weg ach ich kann hier hoch oh man ruhe wow habe ich den da hinten hingeschossen geil runtergekommen wie eh und je was eine schäbige hütte oh was ist das denn hier oh yes 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 die werfen mich doch ab mit den Grambach so war es das schon oder wie schon kein Pock mehr oder was Ja, Schlösser knacken. Level 6 brauche ich da. Okay, das wird erstmal nix. Von wo kommt das? Wo ist das? Woher kommen denn die Geräusche? Irgendeiner schießt doch da rum. Können wir hier runter? Oh! Okay, wir können hier runter. Ah, genau. Robocop hat keinen Fallschaden. Oder so war das doch, oder? Okay, der ist abgehauen. Scheiß auf den. Ups. Das geht also auch nicht, okay. Dann halt die harte Tour. Junge. Junge. Junge, ich habe so oft auf den Kopf geschossen. Schnauze. So, wir nehmen natürlich... Alter, von... Den habe ich auch nicht gesehen. Okay, da sollte ja jetzt erstmal keiner mit mehr kommen, wollte ich gerade sagen. So, jetzt aber. Okay, das ist... Ja... Hier haben wir erstmal belastende Bilder. Und ein bisschen was zum Heilen. Ja, wir haben doch 66. Das ist nicht so ganz wichtig. Schadet aber auch nicht. Bisschen New. Okay, hier scheint erstmal nichts zu sein. Dann will ich das hier doch abreißen. Weil das ist schon eine geile Waffe. Die hat halt... richtig... Ne, Durchschlagskraft. Oh, was ist hier? Ach, er. Talk. Es ist meine Bürgerpflicht zu helfen. Was ist Ihnen Ihre Freiheit wert? Ich arbeite auch nicht umsonst. Was ist Ihnen Ihre Freiheit wert? Was ist Ihre Freiheit wert für Sie? Das ist eigentlich ein guter Punkt. So, es scheint, dass die neue Leute die Punks'hörigen auf der TV-station und entschieden, dass sie mit Soot auf der Turf treffen treffen. Die Gespräche sollte es passieren heute Abend während Soot's Konzert. Konzert? Ich weiß. Ich bin wirklich nicht ein Fan von seiner Musik selbst. Aber das ist nicht was diese Spiele sind wirklich wirklich. Aber das ist nicht so, wie wir uns hier rauskommen? Lewis. Such ist meeting der neue Leute heute Abend in der alten Slaughterhaus. Ich verstehe. Ich bin auf der Station. Ich nehme meine Geräte. By the way, ich habe etwas für Sie, Murphy. Sie nennen mich Pickles. Und du hast es. Es ist eine lustige Geschichte hinter dem Namen. Das war eine Zeit, ich sah einen Torch-Head zu holen. Ich bin nach ihnen, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know. But it turned out to be groceries. So they left it. I made a pretty penny that day, selling Pickles. Still have a couple of jars laying around, if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer a street entrepreneur. You know what they say. A good business is where you find it. Okay, so ist Pickles also zu seinem Namen gekommen. Was haben wir eigentlich hier? Die habe ich gerade schon gesehen. Den OCP-Container. Kriegen wir den auf? Tatsächlich. Ein Chip für Waffenrüstung? Was ist das denn für geiles Zeug? Bringt mir das was? Bringt mir das irgendwas? Nee. Keine Platine verfügbar? Ist ja voll scheiße. Ist ja voll scheiße. Okay, wir müssen Pickles nach draußen begleiten. Das hatten wir auf jeden Fall auch in der Demo. Das weiß ich noch. Und mit Pickles passiert auch noch ein bisschen was. Also wir erleben noch ein bisschen was mit ihm. Das weiß ich auch noch. Und dann ist irgendwann Ende. Beziehungsweise dann habe ich aufgehört die Demo zu spielen. Ich glaube die Demo an sich geht sogar noch ein Stück weiter. Hä? Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich bin doch da runter gesprungen. Ich glaube Pickles kennt den Weg eher als ich. Also da saßt du drin? Okay. Und hier geht es wahrscheinlich raus, ne? Ja, so ist es auch. Jetzt sind wir wieder hier. Keine Gegner. Das wundert mich ein bisschen. Ich dachte auf dem Rückweg kriegen wir jetzt hier nochmal eine ordentliche Salve an Gegnern vorgesetzt. Aber nee. Weit gefehlt. Es ist schön, dass du wieder frei bist. Danke, Tin Man. Hey, uh, hat Briggs teinten dich, dass ich hier sein könnte? Officer Briggs? Ja, er ist mein polizei-gen. Officer Briggs ist... ...missing. Missing? Shit. May unsere Stadt haben ihn. Woher kennen Sie Briggs? Wie wissen Sie, Officer Briggs? Ah, wir gehen einen langen Weg zurück. Er hat mir eine Hilfe in Hand, als ich den Boden schraubt. Und ich bin in seinem Tod seitdem. Er hat mich sogar an seine Familie gegründet. Großes Kind und Wirt. Seine Frau sind mir nicht sehr fach. Okay, nicht gut auf ihn zu sprechen, ist ja klar. Wundert mich nicht. Sie könnten sich der Polizei anschließen. Ist Briggs in Schwierigkeiten? Wir fragen erstmal das. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was gonna check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around Gangsters Paradise, dressed in blue. Gangsters Paradise hier. Okay, Sie könnten sich der Polizei anschließen. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops. You know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Okay. Dann haben wir alle Fragen gestellt. We need to go. Duty awaits. Uh, about that. I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time you visited my crib. And it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that. But still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh boy, you're a tough negotiator. But surely you'll mean now. I gotta chillax after all this. Wir sollten jetzt los. Wir treffen uns später. Ne, wir könnten jetzt gehen. Oh, for God's sake, man. As you command, Officer Steely. Wir machen das jetzt sofort, natürlich. Hey, Tin Man. Over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. This watch is burning a hole in my pocket. Warum soll ich da hinten hingehen? Wir sollen doch hier rein. Ich will doch mit der Frau von Briggs reden. Vielleicht erfahren wir da ja auch noch was. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist auch noch in der Demo gewesen. Aber ich weiß nicht mehr, was da gesagt wurde. Gut, dass das nochmal nach 21 ist. Are you going into a drug-related withdrawal? 15, da müssen wir noch höher. Wie er sich Zeit lässt, ne? Er hat gar keinen Bock. Robocop! Are you here about Mike? Yes. I am sorry to hear about your husband. Oh, no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you going to steal? Huh. Funny you should say that. Da wäre ich mir gar nicht mehr so sicher. Okay, dann fragen wir sie einfach mal alles. Robocop stellt ja eh die Frage. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seeing? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances. Even if someone doesn't deserve him. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Sword of the Earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Okay. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally doddles, but having you tell him should let a fire in his bridges. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ja, das weiß ich auch noch. Können wir uns hier vielleicht noch umschauen? Ganz kurzen Moment. Ganz kurzen Moment. Essen. Hier. Ah. Empfehlungsschreiben. Detroiter Suchtbekämpfungsprogramm. Einverständnisformular. Name des Teilnehmers Joshua Pickles Green. Alter 34. Missbräuchliche Verwendung Substanzen. Er verwendete Substanzen. Nuke. Empfehlende Person. Briggs. Okay. Da versucht er sich um ihn zu kümmern. Grund für die Empfehlung. Joshua hat in seinem Leben bereits einige falsche Entscheidungen getroffen und muss seither mit den Konsequenzen leben. Aber er ist ein Mann mit großem Elan und bemerkenswerten zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Ich bin überzeugt, dass er wirklich etwas in seinem Leben verändern will. Aber dazu braucht er professionelle Hilfe und jemanden, der an ihn glaubt. DSB ist ein Freiwilligenprogramm. Daher benötigen wir die Unterschrift des Teilnehmers, um ihn in unserem Zentrum aufzunehmen. Unterschrift des Teilnehmers. Okay. Aber er hat nicht unterschrieben, oder? Er hat nicht unterschrieben. Wir können uns natürlich hier umschauen. Und ab und zu gibt es ja auch Beweise oder Hinweise. Gerahmtes Foto von Briggs' Familie. Hm. Okay. Ach, da ist er ja noch. Stimmt. Das ging ziemlich ähnlich wie erwartet. Wir sind nicht fertig. Wir sind nicht? Du hast immer noch das Schaue, oder nicht? Es gibt jemanden, der muss lernen, was Zeit es ist. Ist das ein Film-Grupp oder was? Ich bin ziemlich sicher, dass ich das irgendwo gehört habe. Ah, du weißt, welcher Zeit es ist. Jetzt müssen wir natürlich den Sohn erstmal, den Sohnemann, nach Hause bringen. Genug Basketball gespielt. Das ist nur um den Sohnemann. Ähm, sind wir spielen? Was hat das mit Zeit zu tun? Ist es, wie, Zeit, um meinen Arsch zu kippen? Ja. Wir werden uns sagen, dass wir Gail's Sohn erinnern, dass es vor Kurfjus ist. Oh, Daniel? Natürlich. Ja. Da sind schon zwei. Guten Abend, Bürger. Ich brauche... Ich brauche was? Einige sparete Beine? Hey, da ist ein Mechaniker auf der Straße. Ich breche auch Beine. Ja, das sagen wir jetzt. Du bist nicht der einzige Ankle Breaker auf dieser Basketball Court. Und das macht dich einfach leicht. Ich habe ihn viel schlimmer gemacht. Shit, ich war einfach mit dir. Was hast du? Wir suchen einen Kind. His Name ist Daniel. Er war hier vorhin. Warum? Ist es über seine Bedrohung? Es ist. Ja, ich habe ein paar Kinder mit Schauk gesehen, sie finden, in der Crime Scene da. Hey, er muss ja wissen... Wo sind noch ein paar? Alter, du bist nicht gut zu Fuß. Er ist echt nicht gut zu Fuß. Ja, und jetzt? Das Tor öffnen. Ach so, es dauert ein bisschen, weil Pickles nicht hinterher kam. Hier auch wieder astreine Raytracing-Effekte. Supergeil. Vielleicht röchelt mein Rechner deswegen oder so. So, oh, ja, hier. Ah. Okay, dann müssen wir erst mal gucken, wo die lang sind. Okay, ah, hier hinter, Kreidespuren. Das ist kein Problem für Robocop, mal eben ein Auto zur Seite zu schieben. Schüsse in unmittelbarer Nähe. Schüsse in unmittelbarer Nähe. Oh, du bist in so viel Probleme, Junge. Nein, es ist nicht... Woa! Was ist zurück? Du bist so glücklich, dass das Tin-Man hier nicht ein wirkliches Herz hat. Du hast ein Schuss in es, genau jetzt. Entschuldigung, Herr. Du wirst, wenn dein Vater hier gehört. Mein Vater ist weg. Also, er kann mir nichts sagen. Meine Mutter sagte, dass er auf eine Anruhe ist, aber ich weiß die Wahrheit. Er ist nicht zurückgekommen. Warum hast du das gesagt? Er ist immer ein Stickler für folgen die Regeln. Ich denke, das ist warum er ist, dass er eine Anruhe ist. Die Autos können nicht schieben ohne eine Anruhe geben. Und jemand hat die Anruhe auf ihn. Aber das wird mir nicht passieren. Ich werde diejenige, die zuerst schieben. Das ist warum meine Freunde sagen... Ihre Freunde sind knuckleheads. Wenn du sie hörst, bist du ein knucklehead, auch. Komm, natürlich ist es dumm, aber er hat auch einen Punkt. Sie nehmen das einfachste Weg raus. Du willst nicht nach der Straße gehen. Es führt zu einem... ...dark, ...lonellen Ort. Du wirst, warum dein Vater ist so ein Stickler für die Regeln? Weil er ein Schumpf. Weil es das richtige Ding zu tun. Es ist nicht immer schwer, das richtige Ding zu tun. Es braucht... ...Strength. Und du denkst, dass mein Vater das Kind ist. ...Strength. jetzt. Mom. Sie. Sie. Sie wissen schon, was zu tun. you can start by giving her this she's looking for it is he going to arrest me no it's your first offense so he'll let you off with a warning right right it's late let's get you home well you told my mom about the gun no she doesn't like me already thanks for the help to man i'll talk to you later Naja pickles stand ja in dem bericht zwischenmenschlich und so hat er krasses fähigkeiten das hat er hier gezeigt mit dem burschen okay wir sollen sie bei der station abholen aber wir haben ja auch noch aufträge zu erledigen ne das dürfen wir nicht vergessen gestohlenes fahrzeug dienen und schützen diverse missionsziele ach so das ist egal ne beschlagnahme diebe ist gut das sind dann so sammelaufträge aber wir haben ja noch das gestohlene fahrzeug das würde ich tatsächlich gerne als erstes mal hier regeln bei beans autowerkstatt erkundigen ich glaube nämlich dass ich das noch in der demo gespielt habe und dementsprechend ist das auch noch meine letzte mission quasi die ich kenne das jetzt alles kannte ich auch noch ich weiß jetzt nicht mehr genau was gesagt wurde natürlich aber jetzt ist jetzt wieder in erinnerung gerufen das mit der autowerkstatt kommt mir auch noch bekannt vor und danach habe ich glaube ich aufgehört ich weiß aber nicht ob die demo zu ende war ich glaube die demo war noch nicht zu ende genau hier ist nämlich der mechaniker drin ja 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 hier ist er hey i might be a little late following my tax return but sending a one-man army seems like an overreaction i am here to investigate the theft of a blue sux 6000 that belongs to melissa kuzak fancy car and fancy name but i hardly ever get the pleasure of dealing with either do you have any information about the whereabouts of this vehicle to be honest i did some work on one of those cars recently but i can assure you that it was not the one you're looking for do i have your permission to search the shop i know what the world's like but can a man go about his business without being harassed all the damn time citizen i would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony yada 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 i don't have all day to listen nor do i understand this bureaucratic jargon would you like to call your lawyer and have him explain it to you you know what if you really think you'll find evidence of that sux ever being here then be my guest ja geht doch und ich glaube wir werden auch was finden wenn ich mich recht entsinne oh ey das kack auch immer richtig rein diverse werkzeuge irrelevant für den fall das ist mein lieblings ding aber das hier hätte ich gerne leider haben wir da noch keine punkte auf deduktion autoservice dokumente auch irrelevant leider alles irrelevant möchte man meinen was haben wir hier auch irrelevant batterien erfordert technik level 2 leckt es mich am arsch ehrlich die karre sieht übrigens geil aus sieht ein bisschen aus wie nightrider ist das nicht sogar so einer weiß es nicht sieht auf jeden fall gut aus so hier haben wir erst mal nix denkt man aber hier hat jemand was liegen lassen das weiß ich doch das ist nämlich ein beweismittel er hat es wieder getan denn ich habe morgen frei aber das kann aber das kann nicht warten ich glaube scott hat wieder zugeschlagen du willst dem jungen helfen so wie du mir und den anderen geholfen hast das verstehe ich ja aber ich bin immer noch auf bewährung ich darf nicht in irgendwelchen in irgendwelche illegalen geschichten verwickelt sein und das ist scott völlig schnuppe ich habe gesehen wie er etwas in seinem spinnt versteckt hat er hat sich hundertmal umgeschaut wie damals als er die gestohlenen radios dort versteckt hat sie lieber nach sonst kriegen wir noch ärger so hinweis der verdammte spinnt ok das ist irrelevant jetzt weiß ich da unten ist irgendwo der spinnt er hat uns zum glück angezeigt ah nee wir reden mit ihm see i told you you'll find jack all drawing nothing to be found this place is legit i need access to one of your lockers i can asking allowed that is my tropical possessions yousaid your shop has nothing to hide the locker you have in mind belongs to a boy named scott Da distanziert er sich erst mal direkt. Eine vieles andere Werkzeuge für Autodiebstahl. Ihr wisst, er hat noch nicht gearbeitet für ein paar Zeit. Diese Morgen, als zwei Thugs sahen, ihn zu suchen, ich wusste, er muss sich in der Probleme sein. Ich habe ihn oft überrascht, über einen Ort, wo er carrieren kann, auf der Seite. Gib mir die precise location. Ich kann Ihnen genau sagen, wo es ist. All ich weiß, ist, dass es eine der Garagen von den Störzungsverkaufgaben ist. Tell me, warum Sie denken, er ist responsible? Er ist jung, wunderschön und möchte die Welt regieren. Ich verstehe. Aber fast jeden Monat, er sich in Probleme verletzt. Es ist nicht genug, um zu tun zu machen. Ich bin kein Kampfer, aber ich habe viele Dinge in meinem Leben gesehen. Und wo es smoke gibt, es meistens fire ist. Ist er ein Temporary-Werker? Du kannst das sagen. Wir sind viel weg, weil er viel heiß zu bringen, und ich bin nicht okay damit. Und du hast ihn zurückgebracht? Es ist schwierig, diese Tage zu machen. Deshalb verstehe ich seinen Struggle. Und ich lasse ihn zurückgekommen. Arbeit hier hält ihn aus Trouble. Und um ehrlich zu sein, ist es nicht einfach, einen solchen guten Mechanik zu finden. Warum hast du ihn für ihn geöffnet? Ich kann nicht einen decenten Kind wie er durch diese Stadt verletzen. Schau mich nicht so an. Ich habe ihn nicht gebeten. Ich habe ihn gebeten, um ihn zu weg zu kommen. Aber ein Mann kann nur versuchen. Okay, jetzt haben wir auch alles über Scott erfahren, und warum er ihn da so ein bisschen geschützt hat. Das ist alles für heute. Hey! Mach sicher, dass kein Schmerz ihm sein wird. Er hat vielleicht ein paar schuldige Dinge gemacht, aber er ist ein guter Kind. Und er hat eine andere Chance. Eine Karte der Verordnung wird der Jurgen davon sein. Eiskalt. Eiskalt, Robocop. Eiskalt. Eiskalt. Okay, aber wir haben ja jetzt eine Location. Oh, hier kann man sogar hoch. Das wusste ich nicht. Ich glaube, hier war ich nicht. Belastende Bilder. Cool. Boom. Gut, dass uns nichts passieren kann. Aber es war quasi eine Abkürzung. Naja, vielleicht war es auch keine Abkürzung. Oh, ja. Hier sieht es mir doch ganz gut aus. Okay. Hier sind wir in der Garage. Was haben wir hier? Nichts für ungut. Jo, Kleiner. Der Boss war nicht beeindruckt von dem, was du mit dem SUX gemacht hast. Aber er ist ein vernünftiger Typ und lässt dich deine flinken Finger behalten, solange du vor Anbruch der Nacht in der Werkstatt auftauchst. Okay, da hat jemand auf jeden Fall Ärger. Da sind Türen. Oh Gott, ich habe mich gut verletzt. Okay. Er hat es vermasselt. Wir gucken uns hier aber auch erstmal noch um. Hier waren doch noch mehr Türen. Okay. Na, wer weiß. Vielleicht findet man ja irgendwo was. Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann gehen wir zu ihm. Äh, nicht da. Hier. Kumpel. Du musst bist Scott. Was hast du mit dem blauen SUX 6000, den du gebrochen hast? Hey, warum würde ich nichts damit zu tun haben? Ich habe Beweise gefunden in Ben's Shop. Du kannst mir nicht helfen. Ich will nicht mehr Probleme, besonders für Ben. Ein Geständnis wäre das Beste. Ein Geständnis wäre das Beste. Ein Geständnis wäre das Beste. Oh Gott. Es muss die Beste sein. Wir sind tot. Wir sind tot. No one is going to save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Ja. Da hat er recht. Hallo. Anybody home? Where are you, Scouty boy? Oh shit. Ich bin zu Hause. Oh, Junge. So. Irgendwelche Probleme hier noch. Ich glaube, das hat sich geklärt, oder? Ja. 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 Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass es noch in der Chop Shop. Es ist eine Warehouse auf der Nord-East-Side. Die Entrennung ist veröffentlicht, aber ich bin sicher, dass du es findest. Ich bin kein Kampf, aber wenn es eine andere Weise gibt, würde ich mir helfen. Vielleicht braucht man mehr Geld. Ich bin kein Kampf. Ich bin kein Kampf. Ich bin kein Kampf. Ich bin kein Kampf. Ich bin kein Kampf für ihn. Ich bin nur für ihn. Aber diese Zeit, er hat mich zu holen. Er hat gesagt, er will den SUV-6000, den wir in Benz reparieren. Wenn ich gesagt, es war zu heiß, er hat mich mit seinem Knife geschlagen. Warum hast du ihn geflogen? Du sahst, diese thug. Sie waren für mich. Sie wissen, dass ich sie verraten. Sie wollen den SUV-6000. von Bens Shop. Aber ich wollte ihn nicht in Probleme bekommen, also habe ich einen anderen. Ich wüsste, dass jemand einen Scheiß gegeben hätte, aber das Wort auf der Straße ist, dass er dem Maers Nieße gehört hat. Ja, das ist wohl aufgefallen. Any criminal matters should be reported to the police. Ich weiß. Ich dachte nur, dass ich das von mir selbst herausfinden könnte. Ben war gerade von Anfang an. Ich sollte nicht diesen Weg gehen. Das ist alles für heute. Proceeding to the vehicle's estimated location. Du klingst für Backup, oder? Negative. Fleck Calculation minimal. Ja, so sieht's aus. So, die haben wir schön umgenietet. Und wir haben ein neues Ziel. Wie kommen wir denn da hin? Moment. Hier durch. Zack. Die Garage verlassen. Und dann eigentlich, wir können mal kurz gucken. Hat der gerade gespeichert? Der müsste eigentlich gespeichert haben, ne? Wo wir die Garage verlassen haben. Automatisches speichern, bla bla bla. Geisterhaus. Keine Ahnung. Also wie der hier automatisch speichert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber er hat automatisch gespeichert. Denn hier machen wir eine Pause. Wir werden die Werkstatt von diesen Schlägern und Kriminellen auf jeden Fall ausfindig machen. Und uns dann mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und diesen verdammten SUV finden. Und dann habe ich alles gemacht, was ich in der Demo gemacht habe. Und sogar ein bisschen mehr. So Kleinigkeiten, die wir noch erledigt haben. Die habe ich nämlich vorher schon nicht gemacht. Und dann werden wir unsere Partnerin vom Polizeirevier abholen. Und ab da. Ja, also eigentlich ab der Mission jetzt, wenn wir die Werkstatt ausfindig gemacht haben. Die habe ich noch abgeschlossen. Und dann habe ich aufgehört. Oder die Demo war zu Ende. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Den Moment, wo wir unsere Partnerin abholen. Ab dann ist es blind. Und da freue ich mich riesig drauf. Ich fand auch das jetzt geil, mit euch gemeinsam nochmal das zu erleben. Nochmal reinzukommen. Ja, das waren so zwei Reinkommener-Folgen. Und jetzt wird es erstmal richtig geil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Robocop Rogue City. Rindje hauen. Bis zum nächsten Mal.